Die meisten Menschen Die meisten Menschen setzen sich nur den Ideen aus, die am eigenen Weltbild entsprechen. Es ist unbequem, etwas anderes zu tun. Nichtsdestotrotz würden wir dir gerne ein paar überraschende Informationen zum Thema Islam geben. Gleichzeitig bitten wir dich selbst zu recherchieren und dabei auch abseits der gängigen Meinungen der Medien zu schauen und wenn du die Zeit dafür findest, den Koran selbst einmal zu lesen. Zum Einstieg hier drei Punkte über den Islam, die du wahrscheinlich nicht gewusst hast. 1. Der Islam wurde nicht instrumentalisiert. Die meisten Nichtmuslime vermuten, dass der Islam instrumentalisiert wurde, da sie annehmen, alle Religionen seien sich ähnlich. Der Grund, dass Nichtmuslime sich hierbei verwirren lassen, ist, dass sie nicht wissen, dass der Koran sich maßgeblich von jedem anderen religiösen Buch unterscheidet, das wir kennen. Die christliche Bibel ist eine Sammlung von Schriften, von unterschiedlichen Autoren, die teilweise im Abstand von mehreren hundert Jahren geschrieben wurden. Es finden sich Parabeln, Ratschläge und Träume, alle in einem einzigen Buch zusammengefasst. Das gleiche gilt für die jüdische Tora. In der westlichen Welt wissen dies auch diejenigen von uns, die weder Christen noch Juden sind und vermuten deshalb, dies sei auch für den Koran gültig. Aber der Koran ist ein Buch. Er wurde von einem Mann in dessen eigener Lebenszeit geschrieben. Es soll wörtlich genommen werden und ist nicht angefüllt mit Symbolen und wagen Parabeln, sondern meist direkt gemeinten Befehlen. Der Koran enthält Widersprüche, wie auch andere religiöse Schriften. Aber einzig der Koran selbst gibt dem Leser Vorschriften, wie mit diesen Widersprüchen umzugehen ist. Es steht direkt im Koran, dass wenn zwei Passagen sich widersprechen, diejenige, die später geschrieben wurde, die frühere ersetzt. Die meisten Menschen in der westlichen Welt sind sich nicht bewusst, dass die friedfertigen, toleranten Passagen des Koran aus Mohammeds frühe prophetische Karriere stammen. Wie im Koran nachzulesen, werden diese Verse von den später folgenden gewalttätigeren, weniger toleranten Passagen überschrieben. Wenn nun die westliche Welt Dschihadisten hören, die gewalttätige Passagen aus dem Koran zitieren und friedvolle Muslime friedvolle Verse zitieren, interpretieren wir dies, als würde jemand die Bibel oder die Tora zitieren. Wir denken uns, oh, scheinbar gibt es viele widersprüchliche Texte im Koran, sowie in anderen religiösen Schriften. Das heißt, Muslime können sich aussuchen, was ihnen am besten passt, und so ihre Handlung rechtfertigen. So ist es im Koran allerdings nicht. Es gibt keine Rosinenpickerei. Es steht im Koran sehr direkt und in unmissverständlichen Worten, dass ein Muslim keine Stelle dieser direkten und klaren Nachricht auslassen oder verändern darf. Tut er dies, so wird er für immer in der Hölle brennen. 2. Nach weltweiter Institutionierung der Scharia zu streben, ist eine religiöse Pflicht. Viele Menschen realisieren nicht, wie politisch orientiert der Islam in seinem Kern eigentlich ist. In Wirklichkeit ist der Islam weniger eine Religion als eine religiöse Ideologie. Er beinhaltet ein vorgeschriebenes und hochspezifisches Rechtssystem, einen politischen Plan, genannt Scharia. Es gibt keine Trennung von religiösem und politischem Islam. Vielmehr bilden Islam und Scharia ein totalitäres System, die Gesellschaft in jedem Bereich zu ordnen. Die Scharia umfasst Rituale und Gottesanbetungen, Geschäftsabschlüsse und Verträge, Moral, Anstand und Sitten, Glaube und Bestrafungen. Im Koran sagt Allah ganz klar, dass menschengemachte Regierungen, wie zum Beispiel die Demokratie, sowie freie Meinungsäußerungen, wie das Kritisieren des Koran, Abscheußlichkeiten sind und vernichtet werden müssen. Der Begriff Creeping Scharia beschreibt die langsame, durchdachte und methodische Annäherung des islamischen Rechts in nicht-muslimische Länder. Offizielle Scharia-Gerichte gibt es bereits in Großbritannien. Sie beschäftigen sich hier mit Scheidungen, finanziellen Streitigkeiten und heimischer Gewalt. Versuche, die Scharia in die Rechtssysteme von Deutschland, Schweden und anderen europäischen Ländern zu integrieren, häufen sich. Während die Scharia bereits bei kleineren Disputen wie Erbe und heimische Gewalt den Fuß in der Tür hat, sollte es dich beunruhigen, dass die Scharia befiehlt, dass Trinke und Spieler ausgepeitscht werden müssen, Männern erlaubt, ihre Frauen zu schlagen, einem Kläger exakte Rache garantiert, also wörtlich Auge für Auge, befiehlt, dass Dieben die Hand abgeschlagen werden muss, befiehlt, Homosexuelle zu töten, befiehlt unverheiratete Fremdgehr auszupeitschen und Ehebrecher zu steinigen, für jeden Muslim oder Nicht-Muslim, der Mohammed, den Koran oder sogar Scharia selbst kritisiert, den Tod fordert, befiehlt, Abtrünnige zu töten, offensiven, aggressiven und ungerechten Dschihad befiehlt. Die Scharia ist das Gesetz Allahs. Jede andere Form von Regierung ist eine Sünde. Es ist die Pflicht eines jeden Muslims, danach zu streben, dass jede Regierung sich der Scharia unterordnet. 3. Muslime haben die Erlaubnis, Nicht-Muslime irre zu führen und zu betrügen, solange es dem Islam hilft. Das Prinzip der Taqiyah ist ein anderes Konzept des Islams, das Nicht-Muslime häufig überrascht. Während andere Religionen die Aufrichtigkeit hoch schätzen, instruiert der Koran Muslime gegenüber Nicht-Muslimen über ihren Glauben und ihre politischen Ambitionen zu lügen, um so den Islam zu schützen und zu verbreiten. Es gibt viele Beispiele von islamischen Führern, die der westlichen Presse auf Englisch das eine sagen und am nächsten Tag auf Arabisch ihren Anfolgern das Gegenteil. Den Gegner zu täuschen ist im Krieg hilfreich und der Islam ist im Krieg mit der nicht-islamischen Welt, bis die gesamte Welt der Scharia unterliegt. Alle Nicht-Muslime in nicht-muslimischen Staaten sind Feinde. Daher wird es vollständig akzeptiert und sogar unterstützt, Menschen im Westen zu täuschen, wenn es den Zielen der Ausbreitung des Islam dient. Als Beispiel aus jüngster Zeit sei hier die islamische Organisation Islamic American Relief Agency genannt, die Spenden zur Unterstützung von Weisen sammelte, aber wie sich herausstellte, diese Gelder zur Unterstützung von Terroristen verwendete. Hierbei wurden gutgläubige Nicht-Muslime getäuscht, Geld zu spenden, was dafür verwendet wurde, aktiv Nicht-Muslime zu töten. Recherchier selbst, dies ist kein Einzelfall. Islam als eine Religion des Friedens Von muslimischen Organisationen auf der ganzen Welt hören wir immer wieder, dass der Islam eine Religion des Friedens ist. Was aber heißt das genau? Es scheint leicht, für einen Muslim einen friedfertigen Vers aus dem früheren Teil des Korans zu zitieren und dabei dem Prinzip der Takiyah zu folgen und nicht anzumerken, dass dieser Vers offiziell durch einen anderen, gewalttätigeren Vers überschrieben wurde. Nach dem Koran wird sich die Welt erst dann im Frieden befinden, wenn Islam und Scharia in jedem Land der Erde regieren und nicht vorher. Deshalb kann jeder Muslim wahrhaft sagen, Islam sei eine Religion des Friedens. Falls dich auch nur einer dieser Punkte überrascht hat, dann kannst du dir sicher sein, dass es hierzu noch mehr gibt, was du nicht weißt. Dieses Thema wird bald auch dich betreffen. Nutze die Chance, dich jetzt zu informieren, bevor es soweit ist. Für jeden Standpunkt oder jede Meinung, die man vertritt, gibt es Menschen, die an das genaue Gegenteil glauben. Normalerweise behaupten beide Seiten von sich, dass sie richtig liegen, dass sie die besten Argumente haben, die richtigen Fakten kennen und ironischerweise, dass die Gegenseite indoktriniert, blind für das Offensichtliche oder ganz einfach dumm ist. Die meisten Menschen setzen sich nur den Ideen aus, die ihrem eigenen Weltbild entsprechen. Es ist unbequem, etwas anderes zu tun. Nichtsdestotrotz würden wir dir gerne ein paar überraschende Informationen zum Thema Islam geben. Gleichzeitig bitten wir dich, selbst zu recherchieren und dabei auch abseits der gängigen Meinungen der Medien zu schauen und wenn du die Zeit dafür findest, den Koran selbst einmal zu lesen. Zum Einstieg hier drei Punkte über den Islam, die du wahrscheinlich nicht gewusst hast. 1. Der Islam wurde nicht instrumentalisiert. Die meisten Nicht-Muslime vermuten, dass der Islam instrumentalisiert wurde, da sie annehmen, alle Religionen seien sich ähnlich. Der Grund, dass Nicht-Muslime sich hierbei verwirren lassen, ist, dass sie nicht wissen, dass der Koran sich maßgeblich von jedem anderen religiösen Buch unterscheidet, das wir kennen. Die christliche Bibel ist eine Sammlung von Schriften, von unterschiedlichen Autoren, die teilweise im Abstand von mehreren hundert Jahren geschrieben wurden. Es finden sich Parabeln, Ratschläge und Träume, alle in einem einzigen Buch zusammengefasst. Das gleiche gilt für die jüdische Tora. In der westlichen Welt wissen dies auch diejenigen von uns, die weder Christen noch Juden sind und vermuten deshalb, dies sei auch für den Koran gültig. Aber der Koran ist ein Buch. Er wurde von einem Mann in dessen eigener Lebenszeit geschrieben. Es soll wörtlich genommen werden und ist nicht angefüllt mit Symbolen und wagen Parabeln, sondern meist direkt gemeinten Befehlen. Der Koran enthält Widersprüche, wie auch andere religiöse Schriften. Aber einzig der Koran selbst gibt dem Leser Vorschriften, wie mit diesen Widersprüchen umzugehen ist. Es steht direkt im Koran, dass wenn zwei Passagen sich widersprechen, diejenige, die später geschrieben wurde, die frühere ersetzt. Die meisten Menschen in der westlichen Welt sind sich nicht bewusst, dass die friedfertigen, toleranten Passagen des Koran aus Mohammeds frühe prophetische Karriere stammen. Wie im Koran nachzulesen, werden diese Verse von den später folgenden gewalttätigeren, weniger toleranten Passagen überschrieben. Wenn nun die westliche Welt Dschihadisten hören, die gewalttätige Passagen aus dem Koran zitieren und friedvolle Muslime friedvolle Verse zitieren, interpretieren wir dies als würde jemand die Bibel oder die Tora zitieren. Wir denken uns, oh, scheinbar gibt es viele widersprüchliche Texte im Koran, so wie in anderen religiösen Schriften. Das heißt, Muslime können sich aussuchen, was ihnen am besten passt und so ihre Handlung rechtfertigen. So ist das im Koran allerdings nicht. Es gibt keine Rosinenpickerei. Es steht im Koran sehr direkt und in unmissverständlichen Worten, dass ein Muslim keine Stelle dieser direkten und klaren Nachricht auslassen oder verändern darf. Tut er dies, so wird er für immer in der Hölle.